genehmigt. Alex, was hast du? Ja, ich bin mir um die Absurdität meines Picks bewusst. Ich ziehe es trotzdem mal durch. Ich picke kabelgebundene Kopfhörer mit der guten alten Klinke. Es ist der Philips Fidelio NC1 und ich weiß nicht, ob ich hier schon mal drüber gesprochen habe. Ich habe auf jeden Fall erst mal verblockt. Gibt es den nicht mit Lightning? Es gibt auch einen Philips Kopfhörer mit Lightning. Den habe ich auch. Kann ich nächste Woche mal anschließend was drüber sagen. Der ist auch sehr nett. Der mit Lightning hat aber allerdings nicht wie der Fidelio NC1 diese Geräuschunterdrückung. Und das ist ein Bügelkopfhörer, wo die Ohrpolster auf den Ohren aufliegen und der hat Noise Cancellation. Das heißt, wer so empfindlich ist, dass beispielsweise so die neuen Bose sollen ja so toll sein. Macht der auch so tolle Haare bei dir? Der macht aus meinen Haaren kann man nicht so tolle Haare machen, wie du da gerade zeigst. Definitiv nicht. Aber was der zum Beispiel nicht hat, er hat nicht diesen Saug-Effekt, den man manchmal hat. bei so Over-Ear Noise Cancellation Kopfhörern, wo du so wirklich die über deine Ohren stülpst und wenn du dann den Effekt einschaltest, dann bist du ja so, dann zoomst du völlig raus. Also der Geräuschunterdrückungseffekt ist ein bisschen abgemildert dadurch, dass das Ding auf den Ohren drauf sitzt. Der ist trotzdem noch da und der ist sehr cool. Also ich habe den immer eingeschaltet. Man lädt das Ding halt über Mikro-USB auf und hat dann stundenlang, also wirklich stundenlang eine Geräuschunterdrückung. Aber es ist halt nicht so komplett abgeschaltet, so dieser Saug-Napf-Effekt tritt halt nicht ein, weil es halt ein On-Ear-Kopfhörer ist. Und wie gesagt, ich habe das 2015 schon mal verblockt. Der ist nicht, der jüngste jetzt, kostet mittlerweile so 150 Euro, glaube ich, so der Straßenpreis 170 vielleicht. Und der ist sehr klein und ist wie gesagt ein kabelgebundener Kopfhörer. Die Empfehlung ist es, keine Empfehlung, wer jetzt aufs nächste iPhone sofort springt. So viel kann man, glaube ich, sagen. Ich habe gehört, da gibt es diesen tollen Adapter für das neue iPhone. Naja, nichts machen. Er hat eine Siri-Steuereinheit, die sehr schön ist, die allerdings keine Lautschleisetasten hat, sondern wirklich nur die Wiedergabe pausieren kann, Siri aufrufen kann und ein bisschen halt über die Shotcuts in der Podcast-Wiedergabe beispielsweise nach vorne springen kann und solche Geschichten. Und er lässt sich klein zusammenfalten und ich habe den jetzt mal wieder irgendwie seit ein paar Tagen auf und ich bin, also es ist schon echt ein schöner Kopfhörer. Also es ist für den Preis, für den er mittlerweile hergeht, der ist leicht und wenn man halt ein kabelgebunden sucht, schwieriger Zeitpunkt, ich weiß, dann ist das eine sehr schöne Option, der ist irgendwie robust in so einem Case. Wie gesagt, lädt man über Micro-USB, um diese Geräuschunterdrückung zu haben, ansonsten ist es halt ein kabelgebundener Kopfhörer. Hat eine simple Taste, das ist die Noise-Cancellation-Taste und ja, also ich mag ihn sehr und macht immer noch irgendwie Spaß. Und ich kann ja gerne mal meinen Bericht von damals verlinken, hat sich wirklich, ich habe den gerade nochmal gelesen, also ich stehe da noch so zu, da hat sich nicht viel daran geändert, außer der Preis, der damals 230 Euro kostet und wie gesagt, jetzt so um die 170 zu haben und für die Preisklasse schon sehr okay, muss ich sagen. Also das ist ein guter Preis. Weißt du, ob die Bluetooth-Version hier, ist das das gleiche Ding oder ist das ein bisschen anders hier, ne? Die Fidelio Bluetooth-Version? Ja, die Bluetooth-Version ist interessant, also die Ohrpolster sind ein bisschen anders, wie du hier siehst, aber die sind sehr ähnlich zu den Lightning, die ich habe. Ich habe ja die Lightning-Ausführung und wie ich das da im Bild sehe, die liegen sehr streng auf, also sehr flach und aber sehr gut. Also die hier sind fast so ein bisschen locker im direkten Vergleich, aber die Lightning, die jetzt auch den Bluetooth scheinbar entsprechen, so von dem Bild, das sieht sehr vertraut aus, die liegen sehr glatt auf und ich kann alle diese mit einer Brille sehr gut tragen, also ich habe da keinerlei Druck, also das ist super angenehm. Okay. Ja, vielleicht genau, vielleicht die Empfehlung nehmen und abwandeln oder sich mal die Bluetooth-Version anschauen, kann ja durchaus nicht schaden, aber ich kann jetzt nur über die Kabel-Version sprechen und über die Lightning-Kabel-Version, die hier auch irgendwo rumliegt und genau, also das ist eine definitiv gute Marke für einen jetzt noch, also für einen kabelgebundenen Kopfhörer-Mark. Ja, ich mag kabelgebundene Kopfhörer aus einem einfachen Grund, ich habe drei Dutzend davon und weil ich nie daran denke, irgendwie einen Kopfhörer mitzunehmen, ich habe zwei Paar im Auto liegen, ja, also ich, und ich habe irgendwie hier irgendwo im Büro sicherlich neben denen fürs Studio noch drei vergraben und an der Tür nach draußen liegen nochmal fünf Paar, ja, irgendwelche alten Apple-iPod-Kopfhörer und irgendwelche Schrott-Irgendwas-Kopfhörer, völlig egal, ich habe nur sehr viele und ich muss nie weiter als irgendwie drei Schritte gehen und ich finde irgendwo Kopfhörer und Lightning-Kopfhörer halt nicht, das werden nie so viele werden, wahrscheinlich, je nachdem, was Apple auch beilegt, aber na gut, die Wette, ich weiß gar nicht, wer jetzt was gewettet hat und das müssen wir nochmal aufschreiben, vielleicht steht das in den YouTube-Untertiteln inzwischen drin.